So, meine lieben Drachlinge, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir mit Vivian geredet, dann sind wir in die Kirche gegangen, haben dort... Genau, wir waren in die Kirche mit Vivian geredet, dann haben wir am Kartentisch ein paar Ballonungen abgeholt, dann haben wir die Truppen von Lely, Kallen und Josephine wieder verteilt. Wir haben die Sturmküste als neues Gebrief freigeschaltet und danach sind wir kurz vor die Kirche gegangen, weil dort ein Bote des Eisernen Bullen war und er hat gesagt, dass der Eisernen Bulle gerne der Inquisition helfen möchte. Der Eisernen Bulle ist ein neuer Gefährte, es fehlt halt nur noch ein Gefährte, dann haben wir alle Gefährten im Spiel rekrutiert. Und, ja... Ähm... Ja, genau, und dann sind wir dann hier hinten ganz sie hinterlanden, am Losayes See. Und haben wir jetzt Blackwall rekrutiert den grauen Wächter und ich sehe... und Blackwall können aufsteigen. Dann will ich mal kurz gucken... Mhm... Ich stimme das ja immer gerne. Fälschbar und... So... Hals... Ne, Blackwall ja auch. Ähm... Hab vorhin kurz... Ausgrund überlegt, ob ich... Bei Blackwall das auf Waffe schild lasse oder ob ich ihn zweihändig mache. Den Konari will ich gerne auf zweihändig machen, der Konari kriegt dann... Keine Ahnung, Schwert oder Axt oder sowas. Obwohl wir machen aus ihm auch einen Tank. Dann haben wir zwei Tanks. So... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 obwohl ich bin gerade überlegen und nicht besser wäre bei Blackwall auf zwei Händler zu gehen wir haben ja schon einen Tank ne ich weiß es noch nicht Blackwall erstmal auswählen hier Stufe 9 könnte er das Leben nehmen könnte er jetzt schon nehmen schlicht nicht ich weiß es nicht das zu lassen weil Cassie ist ja schon ich bin so am überlegen ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit nein nix Blackwall ich denke mal das passt schon zu ihm ja ich denke mal auch Schwerter werden wir bestimmt mehr als genug finden ich denke mal schon Schwerter werden wir mehr als genug finden von daher ja auf geht's Leute mh 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 ist auch alle soweit fertig hier oben zu dem Bauernhof und sagen denn er Bescheid wegen diesen Wachtürmen, die wir errichten sollen. Oder sollten. Ähm... Ja. Aber sie müssten da jetzt nach... Es wird der Red Cliff angezeigt. Ach, das gedämpfte Flüstern und sowas, ja. Nee. 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 Ah ja, versteht. Nee, wir müssten da... Nee, da müssten wir eigentlich auch was machen. Wir schauen erstmal, dass wir hier das eine da fertig kriegen. Ähm... Hm. Genau. Der Mann ist da drin. Hey. Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen, brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Gut gemacht. So werden sowohl eure Flüchtlinge als auch unsere Bauern gewarnt sein, wenn das nächste Mal Ärger droht. Ich werde mit dem Meister sprechen und veranlassen, dass eure Leute an der Wegkreuzung Waffen erhalten. Hm. Hm. Wir halten da Waffen. Klingt interessant. Äh, Sera. Kannst du das hier öffnen? Geschickte Hände. Gute Werkzeuge. Okay. Später erst. Ähm... An der Wegkreuzung kriegen wir neue Sachen. Das klingt ja nicht schlecht. Tschüss. Schau mir mal. Schau mir mal, was für neue Sachen wir da kriegen. Wissen, der Corporal. Das müsste doch eigentlich auch da oben sein. Oah. Genau. Kann mir den nicht jetzt als Emissier oder so was holen? Natürlich. Was auch immer ihr getan habt, damit die Magier und Templer die Flüchtlinge in Frieden lassen. Ich danke euch dafür. Genau. Ich muss ja... Gebt auf euch acht. Und ihr auf euch. ...noch Redcliffe wegen der Heilung von den Leuten. Hast du gedacht, Sarah? Wenn, dann war es ein schönes Nacht. Hast du hier wieder irgendjemandem die Hose geklaut? Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr an etwas interessiert seid. Ja. Tanz. Mädels, kommt mal da runter. Tja, sagt Bescheid, wenn ihr einen findet. Was macht ihr da, Mädels? Hm? Ach ja. Mit euch wird es nicht langweilig. Den ganzen gern nicht. Oh, komm, dann kriegst du das hier. Der Shit ist besser als der Steiner. Ja, mal schauen. Etwas mehr Schaden, ja. Egal. Hier gibt es sonst nichts zu holen. Können wir eigentlich jetzt hier hochlaufen. Und das Besonder retten. Mal probieren. Wenn wir schon hier sind. Sagt es uns einfach, falls wir irgendetwas für euch tun können. Ja. Seht es mal um diese eigene Frau gewesen. Genau, die der andere. Oder wie die heißt. Diese Magierin. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der für eine einfache Decke so dankbar war. Oh, haben wir das nicht geöffnet? Schockender Stab, ja. Ähm, dann können wir es mal probieren. Was ist da jetzt wieder? Dann kommt das Internet weg. Ich hoffe es geht jetzt wieder. Dann können wir das aktivieren. Das ist dann wohl nicht mehr so weit, das ist hier vorne irgendwo. Das lassen wir können da rein. Da kann man nicht rein. Hm. Hm. Oh. Hallo. Wie seh? Okay, hier vorne dann gleich links. Genau, hier waren wir ja gewesen. Raffi? 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 Hey, du müsstest doch eigentlich da sein, oder nicht? Weil so kommen wir jetzt eher dahin. Und dann haben wir schon wieder diese Internetschwankungen hier. Das ist doch zum Kotzen jetzt. Jetzt geht's wieder. Da war fast so in deinem Stream. Guck mal, muss doch dann viel sein. Raffi? Das war wie dieses Vieh Raffi oder wie der hieß, genau. Ach da! Ja! Mann. Hm. Hm. Kannst du mit? Wo müssen wir denn hin? Genau, wir müssen einmal da rum, genau. Und am besten bleibt ihr jetzt so. Sarah, meine Liebe, ich habe da etwas für eure alberne Gruppe. Hm, ich wette, ihr habt ne ganze Menge. Nur eine einfache Nachricht für eure Freunde von der Roten Jenny. Ich denke, sie könnte auf Angelegenheiten eines gewissen Lord Summeroth hindeuten. Den kenne ich. Dieses Arschgesicht ist eisenhart zu seinen Leuten. In der Tat. Und es wäre doch zu schade, wenn seine Beteiligung an gewissen Aktivitäten enthüllt und seine Position bei Hofe geschwächt würde. Wir schaden also einem echten Scheißkerl. Aber ihr habt auch was davon? Wir helfen den Leuten, aber euch hilft es noch mehr? Oh. Versucht bitte nicht in aller Öffentlichkeit zu weinen, meine Liebe. Das ist so erniedrigend. Sie darf doch weinen, wenn sie will. Bleibt bitte da hinten. Scheiße. Egal. Komm, mach mal. Versuchen wir mal. Geht jetzt da Platz zu machen. Wir kommen da jetzt eh nicht drum rum. Oder doch? Doch, wir könnten da rum. Wo ist der Vieh? Wo ist der dämische Vieh jetzt? Komm. Wo ist der langsam? Komm, mein guter, komm. Bewege dich. Hier bitte runter an der Seite. Aufsehen. Was ist. Ist doch alles besser. hm bist du doof da springst du einfach runter ich bin dem zu viel ach viel, jetzt komm, du Idiot wehe, du rennst jetzt da in den Dämon rein mitkommen wo ist der jetzt? nein nein, ich hab jetzt keine Lust darauf komm jetzt her, du scheiß wie ron, bewege dich schnell raffi manche die raffi, genau raffi komm hier jetzt bitte kannst du hier hinkommen raffi, wo bist du denn jetzt? hinten wegfindung wegfindung ist auch deine stärke wo bist du denn jetzt? hallo komm her mein Digger so kannst du das? komm mal hierher genau so komm 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 so ich möchte jetzt nach Hause da musst du denn hin ach hier vorne rechts irgendwo komm schön weiterlaufen wir machen schön langsam komm einmal durch genau hier hoch wir müssen warten weil der mal langsamer ist die haben es nicht geschafft wo ist der denn jetzt auch da hinten? ah goodnight Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt eigentlich auch den Blackwall Boy und... Und... Wir könnten aber versuchen, die Söldnerfestung zu machen. Und die Karte... Wir könnten es mal probieren. Das ist noch Level 12. Bis zum nächsten Mal dann. Tschööö. Und... Und... Und...